Labormaschine zur Pulverabfüllung von Hartgelatinikapseln in den Größen 0,1,2,3 Mechanische manuelle Kapselfüllmaschine Manuelle Abfüllmaschine für zweiteilige feste zweiteilige Gelatinikapseln Geeignet für die Verwendung im Labor und bei der Herstellung kleinerer Mengen von Kapseln Ein Arbeitsgang füllt 200 Kapseln Die Durchsatzrate beträgt 1800 Kapseln pro Stunde Wird für alle Standardgrößen von Hartgelatinikapseln verwendet Maximale Mechanisierung des manuellen Prozesses Hergestellt aus hochwertigen Materialien gemäß den GMP-Normen Wir bieten eine ausführliche Anleitung für die Einrichtung der Kapselmaschine Die Kapselmaschinen werden vor der Auslieferung an den Kunden im Werk geprüft und getestet Vollständiger Satz- und Funktionsdüchtigkeit sind garantiert Erfahrene Spezialisten der Firma Minipress helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätemodells Unser Katalog Minipress dort Ro ist einer der maßgeblichen in der pharmazeutischen Industrie Jeden Tag beantwortet ein Berater Fragen zu WhatsApp, Art, Plus 7, 985, 364, 38, 08 Sie können auch eine Anfrage an, E-Mail, Info, Doc, Minipress, dort, Ro, senden Wir unterhalten ein Lager für Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien Der Preis versteht sich einschließlich der Lieferung in die Stadt des Käufers Punkt, Cap 01 Labor Kapselmaschine, Kapazität 400 Kapseln auf einmal, Kapazität 2000 bis 2400 Kapseln pro Stunde, hergestellt aus rostfreiem Stahl Die Formen sind aus speziellem Kunststoff gefertigt Abfüllung von Gelatini Kapseln Größen 0,1,2,3 enthält Formen für alle Arten von Kapseln Abmessungen 232 mm x 547 mm x 353 mm, Gewicht 10 kg, Gewicht mit Verpackung 14 kg Es grüßt Sie die Gesellschaft Minipress.ru Wir bieten professionelle Beratung bei der Auswahl beliebiger pharmazeutischer Ausstattung an Großer Katalog neuer Ausstattung von Fabriken aus China, Indien, Korea, Taiwan Suche nach gebrauchter pharmazeutischer Ausstattung aus Europa und Russland Wir stehen bei der Auswahl der Lieferung und der pharmazeutischen Ausstattung nach Deutschland zur Seite Wir haben große Erfahrungen und Kenntnisse von der Technologie In unseren Katalogen viele Videos, Fotos, Beschreibungen von verschiedener Ausstattung Wir kompletieren Linien und einzelne Maschinen nach Produktionsmustern Das gesamte Sortiment der begleitenden Waren, Verpackung, Rohstoffe, Verbrauchsmaterialien Berater Roman Zybulski Plus 7 495 364 38 08 Telefon in Minsk Plus 375 29 308 00 00 E-mail info at minipress.ru Katalog der Ausstattung www.minipress.ru Katalog Guten Tag, mein Name ist Roman Zybulski und ich bin der Gründer und Eigentümer des Katalogs für pharmazeutische Ausrüstung minipress.ru Seit 20 Jahren helfe ich unseren Kunden jeden Tag bei der Auswahl und Lieferung von pharmazeutischen Geräten. Jedes Jahr nehme ich an Ausstellungen für pharmazeutische Geräte in der ganzen Welt teil. Mein Ziel ist es, neue Modelle von bester Qualität für meinen Katalog zu finden. In meinem Katalog finden Sie Tablettenpressen, Verblisterungsmaschinen, Baggerkessel, verschiedene Verpackungs- und Produktionsanlagen. Eine große Auswahl an Labormaschinen, kompakte Tischgeräte für die Gründung eines Pharmaunternehmens. Wenn Sie das von Ihnen benötigte Modell nicht gefunden haben, kontaktieren Sie mich. Ich werde Ihnen die beste Option vorstellen. Ich biete meinen Kunden nicht nur Informationen über die Geräte, sondern auch Daten über verschiedene Technologien. Ich kenne mich in diesem Bereich sehr gut aus und habe viel Erfahrung gesammelt. Meine eigene und die meiner Kunden. Im Katalog finden sich verschiedene Arten von Geräten, die in China, Indien, Taiwan, Korea und auch von europäischen Herstellern hergestellt werden. Mein Team löst alle Fragen, die mit der Auswahl, dem Kauf und der Lieferung von Geräten zusammenhängen. Jeden Tag können Sie mich über alle verfügbaren Kommunikationsmittel kontaktieren, per Telefon, Skype oder E-Mail. Ich bin bereit, Ihnen mit all meiner Erfahrung und meinem Wissen bei der Auswahl von formatastischen Geräten zu helfen. Ich werde froh sein, Sie als meine Kunden zu sehen. Ich werde froh sein, Sie als meine Kunden zu sagen. Ich werde froh sein, Sie als meine Kunden zu lernen.